Ja, genau, okay, also gut. Ich versuche hier, auf den Tower zu kommen. Wir sind rot, ich muss auf die blauen schießen. Immer dran denken. Gut, ich denke, ich werde... Ich werde ohne Kills hier rausgehen. Mal gucken. The Reaper GT TV. Geh auf jetzt. Und lass mich da rüber rennen. Geh auf jetzt. Einen erwischt. Nice. Bestimmt ein wichtiger Kill gewesen, den ich da hatte. Ich fühle mich. Nice. 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 Wieder wichtige Kills hier gemacht. Wunderbar. War die richtige Entscheidung, hier mal ein bisschen den Sniper Tower zu bespielen. Denke ich. 3, 2, 1. Diesmal habe ich auch für Dieselseite einen Plan. 3, 2, 1. Ich glaube, ich bin der Letzte. Ne, zwei gegen zwei. Das Ziel ist dort. Kommt schon, Leute, wo seid ihr? Wie gesagt, ich denke, das war eine wunderbare Entscheidung, hier mal ein bisschen den Turm zu bespielen. Oh, nice, okay, hat sich erledigt. GG! 5-0 Rasur!